Ah, gut, komm mitgenommen Ups Nee, ich bin nicht mit sonsty XP, gibt keinen Bonus Nein Ja, weil... Mani... Mani Lake Satellite, oder was? Nee, Mani Tower bin ich, aber ich bin einfach mal hingekommen Wo bist du jetzt? Bist du hinter mir? Oder bist du wieder Mani Tower? Bin immer noch Mani Tower Warum bist du Mani Tower? Nee, ich bin nicht da Nee, ich bin nicht da Na... Bin ich jetzt Mani Tower bin ich Warum bist du in Mani Tower, ey? Ich bin einfach so gegangen, weil kein Waypoint noch kann Mir hab ich dir Ich glaub, man könnte das Biolab noch mitnehmen Jaaaa Jumpside Alter So, wo bist du jetzt hier? Mani Tower, immer noch Ja, ich bin jetzt auch Mani Tower Ich bin drinnen in der Base Du bist tot Ab und Ich lebe Lebst du wieder Aua Ich bin gar einer Panzer von draußen Ich halt wieder wieder Dämo Ist doch schön Ich glaub die Station kriegen wir auch Logo eingenommen Hm Auf jeden Fall sterben Sehr, 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 sehr viele Ehe der Sekunde Wir haben sehr, 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 sehr viele Und das ist möglich Ah, keine Keiner mit C4 erwischt Eieiei Doch nicht schön Aber ich hab' mitgenommen 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 Nach der IP gefragt Wer? Jumbo Der hat gefragt Ob wir auf dem neuen Teil sind Oder auf dem alten Teil Ich hab' mitgenommen Wo wir immer sind Wir sind jetzt Minitower Nein, wir sind Mini Lake Satellite Ist ein Minitower Was? Ist ein wieder Wegpunkt aktualisiert Das hab ich mitbekommen Ich komm sofort rüber Ja, das ist hier Seuss West Was? Mini Tower oder Mini Lake Satellite Markus, wo bist du? Ich bin da, bei Panzerfront Alter Oh, ich werd irgendwann abgeballert, Alter Nee Alter, wie viel, wer haltet der aus? Fuck die Hände, das gibt's nicht Der hat nicht mal sein Leben verloren So, jetzt wo sind wir denn jetzt? Doch wieder da, okay Und Markus 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 Ja, ich wurde grad gestört Die nerven mich grad Oh, die Die pushen hier aber auch gleich raus Ah Junge, sorry Einen hab ich bei Pio Stierer Stierer Das hat MacRider Tod Wo Hinter dem Hügel Hinter uns bei uns überall Auf Fuck No Fuck off What Mist Ah, ich merk schon, ich hab geübt im Ausweichen Blip 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 inguém Ab Volip Man guitar Dr strongest Tran Os no c Pio K ho Oh auch da hinten die hohe durch ich habe eindeutig überfahren zwei reifen wenn ich über ihn drüber gerollt so einen treck du brennst ein bisschen schicht kannst du mal töten den wixer da ja ich sehe da die max verlebt er immer noch aber jetzt so ich glaube er wird tot aufgrund abkühlen noch ein bisschen pünktchen das ist in der Weg geschoben er hätte ich gedacht gerade oder nun reiten joker auch so jahr guter geredet obwohl er drin sitzt es geht jetzt schon mal da auch irgendwas das exoriert er mecky lebt hinter uns auch und auch machte war das auch auch kommen weiter noch mehr bei der mädchen Ah, ich hab ihn gedreht! Oh! Oh! Hast du irgendwas gegen Anti-Tank? Ja! Ich hab was gegen Anti-Air, aber sonst hab ich nix! Ja, gut! Ja, das hilft uns nichts! Ne, das ist Geiger, das ist nicht zu tragisch! Ich weiß schon, dass ich vor dir einfach mal so... Also das ist... Oh! Meinst du, die Panzer haben ja gerade richtig einen Arschstück? Ja! Ja! Oh, Alter, der hat mich verfahren, aber... Jetzt bin ich tot! Ja, gut! Ja, gut! Ja, gut, irgendwann hat er mich dann doch getroffen! Ja, du brauchst wohl doch China! Ja, du brauchst wohl doch China! Schöne! In die Bio-Labor, haben wir schon angekämmt! Crazy! Ja, aber nicht! Ja, jetzt nicht mehr! So! Aber wir haben! So, war klar, dass wir die nicht schaffen! Ja, okay, wir haben! Ja, was machen wir? Kämpfen wir gegen die auf der Straße, oder...? Bei... Biolab-Kampf! Alles! Ja, natürlich Biolab erstmal wissen! Ja, okay! Hm! Ich glaub nicht, dass wir da... Ja, der Truss geht! Wir sehen uns jetzt erstmal hier hinten, Panzer wieder, und dann räumen wir die Straße auf! Ja, deswegen hab ich ja gemein gehört, ob Panzer oder nicht Panzer! Das ist hier die Frage! Oh! Oh! Wo Panzer? Wo bin ich? Ich bin direkt am Biolab! Super! Ich bin total überfordert gerade! Ich bin total überfordert gerade! Ich bin total überfordert, Alter! Oh oh! Oh! Oh... Oh! Oh... Oh! 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 Ach du Scheiße Was brennt? Feuer! Ja, Maggie ist da und Gott sei Dank Es brennt Ähm Um nicht auf fucking Maggie-Rider Okay, BioLab kannst du abschminken Ich kann's BioLab abschminken Ich meine, dass wir während des Alarms gegen K.O.TV und BioLab cappen, oder? Wir können's probieren, zertreten Oh, schon wieder ein McRider Oh Gott Was ist mit WM-Analytics zu verteidigen? Was für WM-WM-Analytics Analytics Also ich hab jetzt keine Ressourcen mehr Das bringt hier nix, da bringt's mal auch nix Money Tower kann man cappen Das ist noch frei zu machen Okay, ihr braucht nicht nach Money Tower Money ist auch verloren Oder nicht haltbar Sagen wir's mal so Wir haben's zwar gecappt, aber Unmöglich zu halten Das sind mindestens 10 Trillionen Gegner Schieben die rum Mehr Ich glaube nicht, dass der Server das aushalten könnte Egal wie viel Geld Hat einer von euch eigentlich mal Dota 2 gespielt? Ah, nein Das ist anscheinend das meistgespielte Spiel auf Steam Das ist schön Das ist schön Das ist schön